Dein Gegner heißt ja auch King Kars, also König Kars. Er sagt, er ist ja der König und er kommt dann hier, um die Schwergewichtskrone zu nehmen. Ich glaube, er muss ja ziemlich hoch greifen, um die zu bekommen. Also die Krone kriegt er auf keinen Fall von mir und ich habe auch das Gefühl, dass meine Gegner ständig irgendwie immer meinen, die sagen immer das Gleiche. Ich habe noch nie so stark Gegner gehabt und letztendlich liegen sie eh alle. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Leute und Willkommen bei Team Smodik. Es ist noch sehr früh, aber heute geht es zum Pressetraining. Pressetraining, ihr wisst Bescheid, vor jedem Fight gibt es ein Training vor der Presse, mit der Presse, während die Presse halt da ist. Und da fahre ich heute hin nach München. Ja, ich kenne das Ganze schon diejenigen, die schon länger meinen Channel verfolgen. Das mache ich vor jedem Kampf. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal los. Ach ja, so Vlogs Sachen, Zähneputzen, ins Auto einsteigen. Nein, vielleicht im Schnelldurchlauf. Ich tue jetzt noch eine Art. Ich bin jetzt noch ein Training. Ich fange auf weitere Mälinchen. Ich fange dazu. Ich fange darauf an, die Hände zu meinen, ich fange mich auf. Fange auf. Ich fange auf zum Riesen. So, ich bin jetzt hier in München. Diejenigen, die schon länger auf meinem Channel sind, kennen das Spiel schon. Ich schau mal, wer da ist. Dann wird ein bisschen aufgewärmt. Pressetraining, Interview. Und dann schau mal weiter. Die denken sich auch immer, ich bin immer mit der Kamera unterwegs. Da, Flammo. Der tut echt alles für euch. So, Flammo und ich sind fit. Im letzten Spang hat Flammo mich noch verdroschen. Ach was. Fühlt sich gut? Ja, jetzt noch mal ein bisschen Training. Wie geht's deinem Auge? Ich hab gesehen, das ist gut. Gut, gut, gut. Das war's du. Jetzt kommt endlich mal die richtige Prominenz. Alles klar? Alles gut. Dann, wie geht's dir? Alles gut? Super. Bist fit? Wir sind alle topfit. Also ich bin fit. Wann hast du angefangen zu trainieren? Letzte Woche, oder? Ja, ich auch. Zwei Rotenboxer habe ich gemacht. Letzten Dienstag, davor sechs Wochen gar nichts. Zweckste Regeneration. So Leute, hier der Pietro am Start. Pietro, bist du fit? Immer fit. Immer fit. Wie geht's deinem Bizeps? Bizeps Riss gehabt? Ja, schon viel besser. Training funktioniert. Sparring, alles drum und dran. Geht wieder. Überlegt euch mal, euer Bizeps ist gerissen. Und dann fängt ihr wieder an mit dem Training. Heftig, Respekt. Hallo. Hallo. Ich schon wieder. Ich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich würde fast sagen, dass das meine härteste Vorbereitung war. Nicht nur trainingstechnisch oder körperlich, sondern auch geistig und psychisch. Ich habe noch nie so viele Medientermine gehabt wie vor dem Kampf. Es ist auch sehr, sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit von A nach B fahren muss und dann auch im Training Leistung zu bringen. Es war auch eine sehr emotionale Vorbereitung für mich. Das erste Mal habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich nicht weiterkomme und da muss ich auch sagen, dass es mir im Laden sehr viel geholfen hat, auch mental und mich da wieder gestärkt hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich noch viel stärker zurückgekommen bin, als ich in der Vorbereitung gebrochen war und ich gebe alles am Samstag und werde meinem Namen wieder gerecht. Sein Gegner heißt ja auch King Kars, also König Kars. Er sagt, er ist ja der König und er kommt dann hier, um die Schwergewichtskrone zu nehmen. Ich glaube, da muss er ziemlich hoch greifen, um die zu bekommen. Die Kronen kriegt er auf keinen Fall von mir und ich habe auch das Gefühl, dass meine Gegner ständig irgendwie immer meinen, die sagen immer das Gleiche. Ich habe noch nie so stark Gegner gehabt und letztendlich liegen sie eh alle. Beim King Kars weiß ich nicht, ich habe Respekt vor jedem Gegner. Es kann fünf Runden gehen, darauf haben wir uns auch vorbereitet. Es kann wieder nur eine Runde gehen, das weiß niemand, aber ich gebe wieder alles, um mich auf den K.O. zu setzen. Aber natürlich danke auch an Sat.1, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, live auf Samstag um 22.15 Uhr zu gehen, auch für uns und dann wieder seit langen Jahren wieder so früh, dass wir auch gehen wollen. Wir waren immer später, Mitternacht und so weiter und jetzt sind wir zum ersten Mal wirklich ein knackiger Abend, werden auch unsere Kämpfe gezeigt und auch natürlich auch die inzwischen auch der HUB-Kampf, was ein spannender Kampf wird, auch. Also dann toi toi toi, ringfrei für Samstag. So, das Pressetraining ist vorbei, das altbekannte Abschlussvideo mit der Marie und mir, kennt ihr ja schon. Wir verweisen hier nochmal auf unsere Kämpfe. Marie kämpft um 23.55 Uhr und ich kämpfe um 22.15 Uhr Primetime in Sat.1 und zwar live. Nach meinem Kampf kommt der Marco-HUB-Kampf und dann kommt Marie. Also, bleibt dran, es ist die Nacht der Kämpfe. Marie, wie fühlst du dich? Alles gut? Alles super, kann losgehen. Also, ich habe ja mit Marie sehr, sehr viel Zeit verbringen dürfen, müssen, wegen den ganzen Medienterminen, die wir hatten. Aber wir sind beide sehr fit und wir freuen uns auf den Kampf. Hast du noch was zu sagen? Gibt es nichts mehr? Ne? Die Marie ist immer so ein Gospieler. Ich bin wie immer gesprich. Okay Leute, dann auf jeden Fall schaltet ein, 22.15 Uhr. 23.55 Uhr. Unsere beiden Kämpfe ganz, ganz wichtig. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, das Pressetraining hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens dann am Samstag, 9.9 Uhr. Schaltet ein. Ich grüße natürlich meine Fans und Facebook, Instagram, Snapchat ist unten verlinkt. Hier ist Flyag Smolik. Shirt gibt es im Shop. Marie und mich gibt es auch im Shop. Mein Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Mari Lang und Michael Smolik. Out. Rein. Pum.